so immer noch auf die jungen ich bin die Planeten weil sie dort gewissen und wir finden hier einfach nichts verstanden damit kann ich gar nichts machen dann keine Ahnung ich habe echt keine Ahnung die ist ja echt nicht außer Wüste ich fahre einfach mal geradeaus einfach mal Richtung Norden ich glaube da ja da war ich schon hier ist auch sonst nichts außer Ditte hier geben sie mir Deckung und damit kann ich echt nichts anfangen im Moment ich bin hier ja kann ich nichts machen ich habe hier nach Hause dann leck mich doch am Arsch es wird so und sonst das ganze Mal hier gehen 50 gf ein interessanter forschungs konnolly auf du wäre ja waren wir da eben oder ich witzte gar nicht welchen planeten waren wir denn jetzt ich hab das jetzt irgendwie vergessen ah edel ist warm du wär ja du wär ja das ist ein kleines bums ding hier die kleine asteroiden die durch schwerkraftlose zusammengehalten werden ok da wäre ja du wäre ja wo ist denn du wäre ja wo ist nur wäre ja muss ich erst mal rausfinden wo wäre ja ist ja könnte doch nur wäre ja wohin gesehen wollte ich meinen nicht oder irre irre ich mich jetzt ich will sie nicht so ich kann mich auch täuschen und bin dann wohl total ich muss wohl doof sein ja ich scheine mich wohl total zu irren so wie es aussieht nur mann bin ich doof äh da sieht zu cool aus geiler scheiß so nur wäre ja kleiner eisplanet cool tageslänger 52 erdstunden wohl ist doch ein langer tag ey das wäre aber cool hätte ich auch gerne na dann Landekontrolle hier ist die SSV Normandy bitten um Landeerlaubnis Normandy Ihre Ankunft ist nicht geplant unsere Verteidigungssysteme sind aktiviert und auf sie gerichtet nennen sie uns den Grund Ihrer Ankunft eine Zitadellmission wir haben ein Inspektor an Bord Landeerlaubnis erteilt Normandy bitte richten sie sich darauf ein dass wir nach der Landung Ihre Identifikation kontrollieren werden wenn diese Identifikation nicht autorisiert ist werden wir ihr Schiff beschlagnahmen sehr gastfreundlich hier werde ich meinen nächsten Urlaub verbringen das ist ja mal echt krass okay das ist natürlich cool das ist besser hier bei Mass Effect 3 da landet man immer direkt auf dem Planeten hier bist du noch im Schiff und du musst jetzt erstmal raus das ist cool gefällt mir sehr gut so ja bitte Commander ähm du bist ne Arsch gute Arbeit jawohl man ähm wohin 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 muss hier lang irgendwie hä achso ja natürlich hier sind ja die die Dings hier zack ist hier Luftschleuse so wir nehmen wir mit wir nehmen natürlich wieder wieder mit und 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 ach komm ich nehme mal wieder Elf Limit sieht gut aus Innendruck wird Außen Atmosphäre angeglichen Logbuch Kommandant ist an Land gegangen Executive Officer Presley hat das Kommando Ok wir sind da ah was ist das was bist du ich werde gescannt der Reiz des Winters lässt schnell nach ah ja das sieht aber schon cool aus hier ne muss ich ja mal sagen muss ich ja mal sagen so alles in Eis und so hat was schnöre ich ab ne doch nicht das ist weit genug ich ich habe was wichtiges zu erledigen ihr Eintreffen wurde nicht angekündigt ich brauche ihre Papiere ich bin Inspektor mein Name ist Shepard Blödsinn ma'am wir müssen das überprüfen sie sollten wissen dass Schusswaffen auf Noveria nicht gestattet sind sichern sie ihre Waffen Sergeant Sterling zurück mit ihnen ganz ruhig und langsam ich will keinen Kampf anfangen bin direkt hinter ihnen ist die Panzerung in gutem Zustand Captain Matsuo halten sie sich zurück wir haben ihre Identität bestätigt Specter sind autorisiert hier Waffen zu tragen Captain sie können passieren Specter hoffentlich verläuft der Rest ihres Aufenthalts ruhiger Parasinisan wartet oben auf sie benehmen sie sich alter krass ich werde auch mal mit der ollen quatschen ich bin sicher dass Parasinisan all ihre Fragen beantworten wird oder hier verschwinden sie von hier ok geht das hier jetzt auf oder äh ach hier cool aber der Planet gefällt mir irgendwie das ist ja wieder Winter bei uns zu Hause kann man so sagen ja Waffendirektoren ignorieren sie den Alarm ich bin Giana Parasini Administrator Anulés Assistentin wir entschuldigen uns für den Zwischenfall an der Andock Bucht hat heute jemand ihrer Sicherheitschefin in den Kaffee gepisst? sie nimmt ihren Job sehr ernst und ist sehr wichtig für die Firma zu meinen Pflichten gehört die Einweisung von Neuankömmlingen haben sie irgendwelche Fragen? das ist ziemlich viel Sicherheit für so einen kleinen Raumhafen die Direktoren tun alles was in ihrer Macht steht um die Unternehmen unserer Klienten zu schützen meine Untersuchungen dürfen nicht gestört werden sehen sie sich vor sonst begraben die Direktoren sie unter Anklagen dann werden sie einen Asari Anwalt brauchen das ist aber nicht gut ist hier vor kurzem etwas Ungewöhnliches passiert? etwas Ungewöhnliches? eine Asari Materialchen kam vor einigen Tagen vorbei Lady Benesia Sarans Stellvertreterin ist sie hier? kann ich mit ihr reden? Benesia reiste vor einigen Tagen zum Komplex auf Gipfel 15 soweit ich weiß ist sie immer noch dort können sie mir sagen wie ich da hinkomme? sie brauchen Administrator Anoleis Freigabe um den Raumhafen verlassen zu können wo finde ich den Administrator? sein Büro ist auf der Hauptebene oben links neben dem Fahrstuhl verstanden können wir jetzt reingehen? natürlich kommen sie zu mir ins Büro des Administrators wenn sie Hilfe brauchen so weit hast du nichts das ist aber sehr schade das ist sehr schade das ist sehr schade was bist denn du? hm wir wissen nicht was es ist ich trage einen Umweltanzug und mir ist immer noch kalt der Reiz des Winters lässt schnell nach ist verdammt kalt hier quatsch und all das wegen einer verdammten Asari richtig ja aber worauf ich hinaus wollte ich mache jetzt Aufnahmepause bis morgen 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 Vielen Dank.